Rüschenkleid und Kurzhaarfrisur So unschuldig sah Helene Fischer vor 20 Jahren aus. Ob in ihren Musikvideos oder im Rahmen ihrer Bühnenshows, Helene Fischer ist für ihre auffälligen Looks bekannt. Vor 20 Jahren sah die Sängerin jedoch noch ganz anders aus. Helene Fischer ist das, was man unter einem Superstar versteht. Fast 18 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Hits wie Atemlos durch die Nacht oder Achterbahn dürfen auf keiner Schlagerparty fehlen. In den vergangenen Jahren hat sich die Sängerin, die heute ihren 40. Geburtstag feiert, zum Superstar der deutschen Musikbranche gemausert. Mit zunehmendem Erfolg sind die Konzerte von Helene Fischer immer spektakulärer geworden. Kopfüber von der Decke hängen und dabei singen? Für die Künstlerin kein Problem. Bei ihrer Rauschtour 2023 beispielsweise arbeitete sie mit Artisten des Cirque du Soleil zusammen und schwang sich am Trapez durch die Lüfte. Abgerundet werden ihre Bühnenshows durch auffällige Outfits, ob im schwarzruten Paillettenanteile und mit Netzstrumpfhose oder im weiß-schwarzen Schnürbody mit Fransenrock. Mit ihrer Kleiderwahl setzt Fischer Akzente. Vor 20 Jahren waren ihres Teils noch deutlich bescheidener. Seit 2005 auf Erfolgskurs 1984 wurde Helene Fischer in Krasnoyarsk in der Region Sibirien geboren, damals noch Sowjetunion, mittlerweile Russland. Bald darauf zog ihre Familie nach Deutschland, ins Rheinland-Pfälzische Wölstein. Schon damals liebte die heutige Schlagerkönigin Gesang und Zanz und machte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt am Main. 2005 gab sie dann ihr Fernsehdebüt und trat in der ARD-Show Hochzeitsfest der Volksmusik auf. An ihrer Seite, der Moderator und ihr spätere Partner Florian Silbereisen. Mit ihm sang sie das romantische Duet Komet nach Varajin. Ich habe mich wirklich einfach so ein bisschen an ihm festgehalten. Ich war sehr froh, dass er an meiner Seite war und dass wir das zusammen spielerisch gemeistert haben, erinnerte sie sich 2021 in der Doku 15 Jahre im Rausch des TV-Senders Vox an den Auftritt. Helene Fischers orangefarbenes Rüschenkleid und ihr leicht gewählter Bob samt Fransenpony spiegeln ihr damaliges Styling wieder. Auch andere Fotos aus dieser Zeit zeigen sie mit schulterlangen Haaren, die sie entweder lockig oder glatt trug. Blonde Strähnen peppten die Frisur der Sängerin auf. Mit ihren Outfits unterstrich Fischer ihr unbedarftes Image, immer wieder griff sie zu eleganten Kleidern in knalligen Farben oder zur klassischen Kombination aus Hose und Top, nur ein bisschen Glitzer durfte es auch damals schon sein. Ich interessiere mich zwar für Mode, aber auch nicht so, dass ich immer abdudet bin, verrät Helene Fischer 2019 in einem Interview mit Frank Elstner. Sie wisse, was ihr stehe und worin sie sich wohlfühle. Danach gehe ich eigentlich. Und so suche ich meine Bühnenoutfits aus bzw. bespreche sie mit den Designern. Während sie in der Öffentlichkeit mit Make-up und glamourösen Outfits stets perfekt gestylt ist, setze Helene Fischer in ihrem Alltag auf das Gegenteil. Privat mag ich es total reduziert, am liebsten Jeans, verrät sie vor einiger Zeit der deutschen Presseagentur. Derzeit macht der Schlagerstar eine kreative Pause. Bis zu Fischers nächster Konzertreihe müssen sich die Fans noch gedulden. Erst im Sommer 2026 startet ihre 360-Grad-Stadion-Tour. Ob sie sich bis dahin einem anderen Projekt widmen wird, ist bislang nicht bekannt.